Hallo! 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 Hey Leute! Willkommen zurück zum Nett Splice! Hier zu überlassen! No way! Ich kam ein Update heraus! Ich muss euch mal gucken, was ich neugierig bin. Ich will auch verstehen. Weiß ich durch wie ich gestartet hab. Hab ich da auch den Leben zu kochen? Hä? Ja. So, das heißt dann gucken, wie ich neugierig bin zu bleiben am Ende. Ich denk mal auch Backfick. Aber mal gucken hier mal nach. Cool, kauf ich mir. Ja. Das ist doch ein... Das ist doch hier halt da... Superfood noch. Ne? Das ist nichts Neues. Das ist doch ein... Das ist doch ein... Ich weiß, was ich auf die Zukunft ist. Das ist doch kein... Das ist doch ein... Das ist doch ein... No, nein. Ich bin nicht so auf die... Das ist doch ein... Okay. Ich bin doch klein, ja mein Ich bin doch klein, ja mein Ich nehme meine eigene Ich weiß nicht, ich könnte ja nicht genau mal in dem Spiel, aber ich habe kaum Abo-Sachen und auch kaum Abo-Kassierer. All right, come on. Jetzt auf das andere Seite rein. Wir haben den Anfäden gespielt, man sieht es aus. Keine Anfäden kann man eingeschützt werden. Ma um die Ecke neviven Karten zu kommen. Ja, ich dann mit der Fuß von da und dann der Fuß auf den Weg gehen. Ist es so gut, dass ich den takeaway? Nein, ich nehme meine anderen Anfäden sei es halt. Ich nehme den Karten. Oh Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, gut. Ja, das habe ich hier verstanden. Oh, da? Da. Das ist ein... Ich bin schon jetzt. Das ist noch Probleme mit der VLK. Wir werden das Geld hier. Ich hab doch geliked, ich spiel komforten, dann hab ich noch nicht checkt. Oh ja, die 2.000. Wenn ich da dann, dann stimmt das auch. Man möchte genau alles respektieren. Auch wie ich das immer sage. Aber mal gucken, ob das stimmt. Ja, ihr seht die Preise, die Träger. Da auch. Geil, hat der jetzt so ein Ende. Kann ich mal zwei auch machen. Und außerdem manchmal immer noch diese Kaktikschule. Bisher soll ich die Kaktikschule. Da muss man wirklich so auch machen. Da muss ich die Kaktikschule aufmachen. Ich kann da wieder durch die Kaktikschule aufmachen. Ich kann da wieder durch die Kaktikschule aufmachen. Also, irgendwie hat das auf die Kaktikschule. Und dann kann ich mich so sehen. Ja, aber... Das ist so schön, mich. Das ist so cool, ich weiß nicht. Ja. Ja. Ja, ich bin seitdem. Ja. Ja, das ist ein Konzert. Das ist schon so schön. Das ist schon so schön. Das ist schon so schön. Heute? Ich hatte es auch ein bisschen stattdessen bekommen. Warte? Was ist das? Ich habe es nicht bekommen. Ich bin drauf. Oh no. 300k? Hm. Hm. Ich bin mal so ein paar Mal, dass ich da mal auf alles weg noch per Hand einfach erarbeitet. Ja, mach ich. Oh, ich hab das Geld auch schon. Wenn er tut, wer in der Tungel nix besitzt. Nein. Ich schnau gerade auf. Oof! Werfjuh... Aber wenn der Niko wirklich Kahn dabei ist, bei der Stelle... Das war's für ein bisschen. Was? 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 Okay, das ist ein Ding. Kannst du auch an den anderen Seite? Ich weiß nicht, dass er mir den Lipps ist. Ich weiß nicht, dass er nicht mehr kussiert ist. Ich weiß nicht, dass er nicht mehr kussiert ist. Warum? Okay. 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 Ich hab's hier da noch nicht Hm Oh 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 Ich hab's hier Ich hab's hier Ich hab's hier Warte Ich glaube nicht. Was das hier? Ja, was das hier? Was das hier? Oh my god Oh my god, hey 5 Brauch ich 4 Brauch ich mal Jetzt will ich eins noch hier als voll habe Ja, bin bei der der schon leveled Hier schon 20 2 2 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 13 11 11 14 15 15 15 15 15 So Leute, mit damit war es Spaß und dann tschau.